Hey, herzlich willkommen hier zu Primetime bei Fühnisse mit Dirk und Klaus. Ja, ihr habt recht. Entschuldigung. Sach, sach, sach. Auf der Tafel haben wir die beiden Dialoge ineinander geschrieben. Ich lese nur ab. Das war halt mein Punkt gerade. Uns ist aber auch die Tafel ausgegangen und die Kreide. Ja, okay, wir haben alles auf den Bauch des Praktikanten geschrieben. Die hat aber auch gut geschmeckt, die Kreide, muss man fairerweise sagen. Ja, das stimmt. Fuck, jetzt ist alles weg. Man muss auch fairerweise sagen, nee, Quatsch, ich wollte sagen, Klaus hat zu Recht Primetime gesagt, denn wir sind gerade 2015 am Montag, wo wir normalerweise halt das Ganze schon längst aufgeladen haben für euch. Ja, wo ihr jetzt eigentlich Und Tschüss guckt. Was war das denn nochmal? In den 90ern, so ein bisschen wie Manta, Manta, die Serie. Und Tschüss, alle Mädchen und Jungen. Hallo und Tschüss. Das war der Benni-Beimer-Darsteller aus der... Ja. Dann gab es halt Zombie, der Typ, der halt diesen Leichenwagen gefahren ist. Du erinnerst dich besser als ich daran. Das war dann der Durchbruch von, wie hieß er, ich will Benno Führmann sagen. Nee, wie hieß er denn? Ich will auch Benno Führmann sagen. Aber das ist Käse, das ist er nicht. Der Typ, der auch Boxer gespielt hat und dann später ganz normale... Oder vielleicht noch Benno Führmann? Ich bin fast der Ansicht, dass es Benno Führmann ist, aber ich bin halt so schlecht mit Namen. Da gab es dann nämlich noch dieses Special... Dirk, richtig? Ja, Bärbel. Da gab es noch dieses... Ach, Muttersalat! Der alte Gag mit der Wasserflasche. Scheiße, ey. Und tschüss auf Mallorca, das weiß ich noch. Und tschüss Serie. Ja, stimmt. Gut, nun zu dir, du alter Parlamentarier. Ja, ich bin Klausus diese Woche, deswegen nehmen wir so spät auf, Teil eines Thinktanks, wo wir richtungsweisend am Arbeitsgesetz rum... Benno Führmann, wir hatten recht. Rupfuschen, ja. Günther Gündi-Dobrinski. Tschö. Ah, Günni. Günni ist ein guter Name. Günni, stimmt, Günni. Ist er ja jetzt... Und ja, ein leichtes Gewitter im Hintergrund, falls... Ja, also falls es das Letzte ist, was ihr von uns hört, ist es gut möglich. Es klang relativ nah. Ich muss sagen, draußen sieht es auch ein bisschen aus wie meine feurige Beleuchtung hier gerade. Ich vermache meine Pornosammlung und meine Mickey Mouse-Sammlung, ähm, Peter. Ich wollte gerade sagen, du sagst jetzt nicht ich, ich sterbe hier im gleichen Raum wie du. Ähm, ja, ich gebe mal eine generelle Spoiler-Warnung für die finale Folge von Game of Thrones, nur falls mir was rausrutscht. Ach, du hast es ja schon gesehen. Ich habe es schon gesehen, ja. Bin extra früh aufgestanden, um sie zu sehen. Ich schlache jetzt einfach mal voll rein. Wir hatten ja einmal eine Folge... Wir können auch darüber reden. Nein, 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 also mir egal, ist ja deine Frage, aber du hattest ja mal diese Frage mitgebracht. Wer kommt auf einen eisernen Thron und da hattest du gesagt, ich vermute niemand. Ja. Frage, hattest du recht? Nur das, hattest du recht? Wird er zerschlagen, hattest du recht? Komm, hau es raus. Also, wenn wir die Frage... Das wird ja vermutlich eh erst im Dienst, also morgen ausgestrahlt. Wenn wir die... Ausgestrahlt? Wenn wir die Frage so nehmen, wie du sie mir stellst, hatte ich recht, ja. Wow! Krass! Aber! Krass! Ja, es ist... Aber es ist ein... Ich sage, ganz viele sterben und Jon Snow will den Thron nicht nehmen. Er sagt die ganze Zeit, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. Meine Tante ist eh die geilste und gut, die ist jetzt gerade massiv auf so einen leichten Zerstörungskriff. Aber die ist auch recht heiß. Die kriegen wir wieder hin. Die ist recht heiß. So. Heiß wie Drachenfeuer. Ah? Ja. Ich hätte jetzt Frittenfett gesagt, aber wahrscheinlich so normal in Dortmund... Ist in... Ja, das Frittenfett ist in Westeros noch nicht erfunden. Oh. Ich dachte, da wird gequält mit, dass sie dann irgendwann merken, du Dietmar, die riechen immer ziemlich gut, wenn wir die da reinhalten. Jetzt. Jetzt war da ein Würstchen reinhalten. Was meinst du denn? Ja. Du meinst, die Fritten sind so eine Nebenindustrie der Folterkammern in Westeros. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Sachen, die heute noch Einzüge in unserem Leben haben, irgendwann aus der Folterei kamen. Und dann da vielleicht... Zum Beispiel das Kitzeln. Vielleicht war das Kitzeln der Ursprung von... Erfunden von Norbert Kitzel im Jahr 1413. So. Ja. Und vielleicht war der Anfang, dass sie gesagt haben, ich sag mal, die ersten zehn Sekunden finden es unsere Deliquenten noch ziemlich lustig. Und dann hat er irgendwann, ey, wollen wir nur diesen Partner nutzen und das vielleicht so im Kindergartenbereich einarbeiten? Und dann heißt es irgendwann, Norbert ist 1426. Wir haben noch keinen Kindergarten. Das ist der Norbert hier, der ist umgelernt von Folterknecht auf Erzieher. Die brauchen wir gerade. Aber offiziell. Die hatten IHK-Aubschluss. Aber auch nicht lange, bis die schwarze Pest die Hälfte wegrafft. Ist die Pest nicht irgendwie so ein Wurm? Irgendwas unter der Haut? Was? Oder verweckle ich das? So ein ganz kleiner Wurm, der in die Haut rein? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind ganz normale Bakterien. Bakterielle oder virale Infektionen. Ich dachte, ich hätte jetzt... Du kannst ja mal erzählen, wo warst du denn am Wochenende? Wo hast du dich denn rumgetrieben? In Pankow. Ja, aber arbeitenderweise. Ach so, du meinst am Freitag? Warst du nur Freitag da? Ist der erste Spot erst gewesen. Wie? Die drehen dir nicht ein paar Tage am Stück hintereinander? Nein. Nein, 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 nein. Das wäre ja viel zu einfach. Es ist zwar fast immer dasselbe Setting, aber es sind ja insgesamt sieben Spots. Und die verteilt auf erst mal vier Drehtage, von denen alle schon gesagt haben, dass... Du hast jetzt einen an einem Tag... Ein und ein Teaser für ein Gewinnspiel. Das gab es aber natürlich vorher auch nicht schriftlich, die Information, um was es geht, sondern das hat mir der Regisseur so salopp mal erzählt und meinte, mach das mal so. Das sind die geheime Informationen. Das ist ein geheimnis Gewinnspiel. Das soll mein Neffe gewinnen. Ja. Ich darf leider über Inhalt nicht reden, aber ich kann ja über Ausführungen reden. Ja, ich wollte gerade sagen, so wie du es bisher angeteasert hast, gibt es ja über Inhalt nicht viel zu sagen, oder? Ich kann vielleicht so viel sagen. Ich war niemals in der Totalen zu sehen, weil der Kunde gesagt hat, ja, das ist halt das, was wir haben an Kostüm. Und die Dame vom Kostüm meinte, ja, aber das sind nicht die Daten, die wir durchgegeben haben. Das passt dem Schauspieler nicht. Das sind die Sachen, die wir haben. Und somit hatte... Es ist immer schlecht, wenn die arschfreie Hose nicht passt. Ja, Dirk hatte dann halt eine Hose an, die, ich sag mal, im Stehen so eine Clowns-Ähnlichkeit hatte. Also die war so 30 Zentimeter Bodenfreiheit hatte die. Und dann gab es auch keine Schuhe natürlich. Und ich hatte lustige, meine privaten Socken natürlich dabei. Es gab dann auch die Frage, wieso hast du denn keine vernünftigen Socken mit? Ich hab gesagt, normalerweise sind die vernünftigen Socken immer bei Kostüm, neben meinem Kostüm, was vernünftig auch passt. Dann war kurz bei Stille. Naja, und ich hatte halt meine Flamingo-Socken dabei. Und dann haben wir gesagt, ach, das können wir jetzt aber nicht ganz machen. Wie heißt ein behinderter Flamingo? Flamongo. Ah. Jedenfalls gab es halt, also meine maximale Einstellung war eine amerikanische. Also die haben dann auch ein bisschen sich inspirieren lassen von dem Dilemma, was da war. Und darauf basierend war dann halt, ja, also die Szene war dann halt auch in der Nacht geschrieben. Ich hab ja eh nichts gekriegt, außer dass das die ganze Kampagne quasi. Und da gab es dann halt auch morgens die Info. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mal hast. Ich sag, ich hab eh nichts gekriegt. Wie, du hast gar nichts gekriegt? Ne, ich hab das ganze Treatment gekriegt. Ich hab die 88 Seiten. Ach. Ja, das, gut, ist jetzt auch nicht so wild. Ich hab das heute Morgen auch erst gekriegt. Guck's dir mal an. Hier der, ich sag jetzt keinen Namen, der auch Produzent und Cater und Licht und Setrunner ist. Nennen wir ihn Pimmelbert? Ja, der schickt dir das mal eben. Dann hat er es mir geschickt und gut, es war jetzt wirklich nicht komplex so, aber ich hab dann halt, als ich dann gehört habe, ich darf die Anmoderation für irgendwann, ich sag, aber festen Text krieg ich jetzt nicht. Ja, ich meine, ich, also, ich hab mir gedacht, nee, ist mir ehrlich. Also, ich krieg jetzt keinen Text in die Hand und mach's dann füllen schon später. Also, das, da habt ihr nichts von. So, das ist Cold Reading, das kann ich, das ist für ein Casting schon ein bisschen, also, passiert manchmal gut. Aber im Endeffekt muss ich genau, also, kann ich nochmal kurz, dass es nicht zu lang wird, aber ich hab dann immer gemerkt, ich hab gespielt wie beim Casting. Also, es war wirklich so, Ja, naja, wenn du keine Vorbereitung hast und da, ja. Und dass du auch dann merkst, vor Ort, dass quasi Regie und Agentur, die ja quasi Hand in Hand für den Kunden sind, komplett andere Ideen haben, wo denn dein Figur hingeht, dann fang ich als Letzter an zu diskutieren, wenn du jetzt im Werbebereich tätig bist. Es soll ja nur schnell vorbeigehen. So. Und dann sagt dann einer, du bist kindlich und total kribbelig und schreist rum und der andere sagt, du bist seriös und freundlich, dann mach ich das und mach das. Dann sagt der halt einer nach dem Take, das war aber nicht das, was ich, und der andere nach dem Take, aber es war jetzt nicht das, was ich, sag ich, das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich muss sagen, es war ein liebesfreundliches Team. Es ist halt spannend, was da noch alles passiert. Die waren alle sehr nett, sehr nette Leute. Also wirklich, aber ich war halt echt überrascht von der Organisation. Ich habe echt gedacht, wuff, das ist jetzt, und das Ganze hat ja im Volumen nicht von Gabis Haarstudium hinter Erkenschwick, was halt nur lokal da vielleicht, sondern es soll ja richtig groß genutzt werden. Da ich ja, krass, okay. Aber so wie ich das gekriegt habe, ist dann die Info und die Bereitschaft vom Kunden ähnlich gering gewesen und dann entsteht halt, also ich weiß nicht, ob da eine komplette, es gibt ja manchmal auch sowas wie so ein Komplettvertrauen. Ich habe da halt irgendwann mal auch, was war das, irgendwie größer, ich glaube so Marte oder irgendwas gedreht und da habe ich halt gemerkt, dass die Agentur eine unheimliche Freiheit hat und meinten, wir machen das halt Jahrzehnten für die und die haben halt echt großes Vertrauen. Also die wissen, und da gibt es halt so gut wie nie irgendwie mal Absprachen oder beziehungsweise, was heißt Absprachen, aber sogar so Kommentare. Du kennst das ja am Set, dass dann halt irgendwie einen Cut und du sagst. Der Kunde sagt, wir würden gerne mal sehen, wie du das Tablet mit dem Ringfinger bedienst. Das haben wir noch nicht in den anderen Shots. So, genau. Also in der Regel halt bist du fertig und der Regisseur denkt, super und dann warten halt alle ab und dann kommt der Kunde, wenn überhaupt, manchmal kommt ja auch der Assistent vom Kunden und liest dann die Liste. Sagt, ihr seid super, aber. Oft ja auch nur, um noch irgendwas zu sagen, damit man sich nicht so deplatziert fühlt. Ich kann ja mal sagen, das war tatsächlich ganz angenehm bei dem Durex-Dreh, den ich hatte. Da war der einzige Kommentar, der vom Kunden kam, die Sorge, dass das Label nicht gut genug zu sehen ist. Halt ihn richtig in die Kamera, Kollege. Also das war alles. Und ansonsten... Aber das Label, also hast du... Also auf der Packung. Ja, aber die Packung ist zu sehen. In einigen Shots. Hast du denn so lässig mit dem Zahn quasi die Packung aufgerissen? Habe ich die Packung aufgerissen? Im Shot habe ich die Packung, glaube ich, nicht aufgerissen. Okay. Vielleicht ist das wie bei Zigarettenwerbung. Du darfst nicht ziehen und da ist es, du darfst nicht aufreißen. Doch, doch. Ich hatte es mit dem Mund und habe ich es ausgespuckt. Nee, das Aufreißen hat man nicht gesehen, aber die aufgerissene Packung im Mund und dann die ausgespuckt. Okay, aber da war wahrscheinlich das so zerrissen, dass der Schriftzug noch komplett ist. Ja, genau. Also halt sowas. Und halt ganz wichtig, dass die farbige Seite zur Kamera... Okay. War es dann schön geschnitten? Also sah es jetzt so ausgefranst? Ich habe es noch nicht gesehen. Achso, auch du meinst... Also das Pseudogerissene? Das ist einfach gerade gerissen, glaube ich. Okay. Also das war jetzt ohne große Kunst. Weil oft bei Tüten, die reißen, wird ja das Reißen entweder nicht gezeigt oder es ist so krass perforiert vorgearbeitet, dass man so denkt, wow, sowas habe ich noch nie gesehen, dass die Chipshüte, die klassischen Chipshüten, die dann halt einfach so... Ja, ja. Und du hast dann so ein... Nee, das war realistisch. Also es war auch eine normal aufgemachte Packung. Okay. Ja, ja. Du hast jetzt aber vorhin abgebaut, ne? Du bist jetzt im Think Tank der Partei? Vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Apropos, passen Sie unsere letzten Episode, die, der Wahl-O-Mat ist vom Netz. Weil er kleinere Parteien benachteiligt. Die Partei Volt hat dagegen geklagt und das Landgericht Köln hat ihnen Recht gegeben, dass du halt, weil du halt anklicken musst, welche Parteien reinkommen in deine Auswertung und weil die Leute dann halt eher die großen Parteien anklicken. Ja, gut, aber das ist das ewige Prinzip, ne? Du hast die Wahl. Ja, naja, ja, aber es ist halt so und das ist halt... Aber es stimmt, ne? Also klar, du guckst halt dann eher unter den großen Parteien, die eine realistische Chance haben. Auf der anderen Seite verzerrst du halt dadurch natürlich, so das Argument von Volt, die Wahl, indem du halt den Leuten gar nicht die Chance gibst zu sehen, ob sie nicht eventuell mit Volt und der Namensliste der Partei, die, das muss ich mal ganz kurz aufrufen hier... Also ich finde das generell kein schlechter Punkt, weil es ist ja immer begrenzt auf acht Parteien. Ja. Also ich weiß nicht, ob das die Rechnerleistung, die Serverleistung sprengt. Nein, das ist nur der Übersicht halber. Das hat mit der Rechnerleistung und so nichts zu tun. Das ist nur für deine Übersicht als Nutzer. Also wenn du so kleine Icons oder halt einfach nur so eine Tabelle aufbastelst, dass du halt sagst, jeder sieht am Schluss alle Parteien und dann halt einfach kurzes Diagramm, dass man sieht, welche überschneiden bei dir, also wo ist die höchste Überschneidung? Weil ich meine, das ist ja genau das, was Volt quasi damit sagen will. Vielleicht hast du ja, hast du immer das Gefühl von, ich muss die CDU wählen oder irgend sowas und hast halt nie mehr Volt und andere Kleine reingepackt, weil die halt 98 wären und ich bei 78 oder so. Auf der anderen Seite ist das ja natürlich auch deine Entscheidung in der Demokratie, eine Partei zu wählen, die deine Interessen zu 70 Prozent vertritt, aber eine realistische Chance für den Einzug hat, als eine Partei, die deine Interessen mit 73 Prozent vertritt, aber definitiv nicht ins Parlament kommt. Ich kann ja mal vorlesen, du kannst mir auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, wie cool die Leute bei Volt sind und wie innovativ und was für junge Hippe Leute, die gemeinsame Liste für alle Länder von Volt. Freiherr von Böselager. Das ist original. Damian Hieronymus Johannes. Marie-Isabelle Bernadette Ann-Sophie Heiß. Dr. Tobias Andreas Lechtenfeld. Eilino Sullivan. Karl Michael Reuter. Dr. Karl Michael Reuter. Caroline Elisabeth Flohr. Andreas Maus. Kerstin Elisabeth Stark. Florian Thomas Kola Langes. Helen Anneliese Heidi Wühlenweber. Und die Liste geht mit ähnlichen Namen weiter. Ich habe das Gefühl, das sind alles Charaktere aus Cluedo. Ja, oder halt die Leute, die aufgrund ihres Namens bei den jungen Liberalen abgewählt wurden. Also das sind doch alles Erben hauptberuflich, oder? Bis auf diese ein, zwei Doktoren. Ja, genau. Und deswegen finde ich es halt ein bisschen dreist von dieser Partei. Aber gut. Wie die mal sein mag. Also ja, ich verstehe sie schon. Ich verstehe aber auch die Argumentation des Valomaten, weil der Valomat sich auch vor allem an Jung- und Erstwähler richtet. Um denen halt den Überblick zu geben. Was ich gehört habe, dass die Thesen im Valomat halt leider so gar nicht viel mit den Hauptthemen der Europawahl beziehungsweise der Parteien zu tun haben und sich manche sich auch irgendwann mal zurückgenommen haben, um besser dazustehen. Also die AfD hat, glaube ich, irgendwelche radikalen Standpunkte halt irgendwie relativiert, um mehr in der Auswahl nach oben zu rücken. Weil auch das ging. Während des Valomat, also während der Valomat schon draußen ist, konnten Parteien dann nochmal sagen, übrigens hier ein Punkt fünf, also alle vor der Grenze erschießen. Gut, ich finde es ein bisschen streng. Wir sind gar nicht gegen die Seenotrettung. Wir sind dafür. Aber man sollte sie auf zwei Leute pro Tag begrenzen. So. Ja, also generell, es steht zwar sehr klein, das sollten Sie vielleicht auch ein bisschen mehr thematisieren, weil ich glaube, viele lassen sich echt inspirieren vom Valomaten ausschließlich. Und das war ja auch bei uns der Fall. Also ich will mich da gar nicht so ausschließen, dass es mich schon ganz schön beeinflusst, dass man dann vielleicht so, und das macht man wahrscheinlich auch nicht, die Top drei, sich mal echt das Wahlprogramm ein bisschen so anschnüffelt. Ja, aber du kannst die Leute ja nicht dazu zwingen. Nein, nein, nein. Ich meine, generell ist es ja schon, glaube ich, ein Knaller, wenn das neunte Europäische Parlament halt irgendwie, weiß ich nicht, über 60 Prozent gewählt wird oder sowas. Also wenn da die Wahlbeteiligung über 60 Prozent ist. Weil ich glaube, das ist halt etwas, was jetzt gerade so massiv untergeht, das halt generell zu wählen. Es ist halt auch einfach schwierig, weil das halt größtenteils Leute sind, zu denen du namentlich keinen Bezug hast. Also auch der großen Parteien. Ja, genau. SPD, CDU, wer sind die? Und du weißt es ja, im Bundestag weißt du es ja in der Regel zumindest die prominentesten Namen, kennst du und zwar nicht nur die von den Parteien, die auf deiner Seite des politischen Spektrums sind, sondern du kennst einfach die großen Namen der Parteien. Und das ist in Europa halt anders. Du könntest mich jetzt fragen, wer der EU-Vorsitzende der CDU ist. Das wüsste ich nicht. Aber SPD war doch … Katharina Barley. So, ja. Das weiß ich aber hinter ihr … Das sind nur die Zähne, die ich in meinem Kopf habe. Hinter ihr halt auch nicht. Ja, nö, ich auch. Und vor einer FDP ist es, glaube ich, Nicole Bär oder so. Das weiß ich aber nur, weil die Sprüche von denen so saukomisch sind. Also die FDP, die wieder … Was war denn heute? Was habe ich denn heute gelesen? Nicht nur aus Büchern lernen, sondern von Menschen. Und dann so Unterschrift, Austausch mit Schülern. Das ist ja auch ein lustiger Kommentar, wenn der Parteivorsitzende von ein paar Wochen noch gesagt hat, also die ganzen Kinder hier mit ihrem Fridays for Future, die wissen ja gar nicht, was wirtschaftlich alles sinnvoll ist. Das ist so ein bisschen wie die AfD-Werbung, wo du denn entweder halt irgendwie die Europagrenzen siehst, da steht dann nicht sicher, oder halt so ein klassisches Ehepaar, also als Figuren, die auf der Torte drauf sitzen und dann nicht mehr normal. Weil ja alle schwul werden sollen in der EU. Alle. Ja, das ist auch so, der Masterplan geht auf. Ich fühle mich auch schon 50% schwuler als noch vor der Homo-Ehe. Du siehst aber auch verdammt gut aus heute. Ich weiß, ich weiß. Der Regen und die Luftfeuchtigkeit machen Wunder für meine Haare. Curly Claws nennen sie dich alle. Ja, nee genau, aber ich bin jetzt in einem Think Tank, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, wo es um Plattform-Ökonomie geht. Also ein Thema, wo ich privat halt arbeite, weil ich für eine Plattform... Du musst es immer für Hunde erklären, weil ich auch dabei bin. Okay. Ich schreibe ja für eine Plattform, die quasi treuhändisch die Aufträge entgegennimmt und die Autoren suchen sie sich dann raus. Ich dachte, mittlerweile kommen die Leute alles zu dir persönlich. Auch das passiert, auch teilweise über die Plattform. Hey, bist du der Klaus? Ja, ja, ja. Schreibst du nicht auch ganz gerne mal über irgendwie... Penis-Verlängerung? Ich dachte, irgendwie Sexpuppen hätten wir mal gespürt. Ach ja, neulich war auch wieder so ein großer... Das ist halt einfach nur so eine ätzende Produktbeschreibung, die ich hasse. Also, dass es Sexpuppen sind... Wo du mehr über das Material und sowas redest, als wirklich sagen von dem, was wir gesagt haben, du kannst mit dir in die... Ja, genau, das ist... Mit dir hast du eine echte Partnerin, mit der du auch spannende Abende verbringen kannst. Und wenn die Nacht mal heißer wird, Punkt, Punkt, Punkt. Alles ganz lustig, aber das machst du halt für eine der Sexpuppen. Und bei der zweiten denkst du schon so, ach, was kann ich jetzt noch schreiben? Sie spoilert nicht bei Game of Thrones. Ja, ach. Dass du es durchs Internet geschafft hast, das ist echt... Es ist wirklich... Also, ich habe heute auf Twitter, habe ich halt viel gesehen zu Game of Thrones. Auf Facebook hielt sich das ein bisschen zurück. Ja, wenn, schaue ich irgendwie Instagram irgendwas, da ist mir jetzt nichts aufgefallen. Und ich glaube, wo ich halt immer Spoiler kriege, aber Montag kommen die Sachen ja nicht, sind vor allem den ganzen Late Night and Night und blablabla, weil die erst Dienstag anfangen. Ja, stimmt, weil Dienstagfrüh halt erst die... Deswegen bin ich immer nur von James Corden oder sowas. Also der, der thematisiert regelmäßig die Dinge. Und das ist wahrscheinlich auch das, was ich denn morgen zuerst sehe. Das ist aber, ja, also diesmal halt echt gefährlich. Also es passiert halt schon relativ viel. Aber, ähm... Sind denn irgendwie ein paar von den Großen noch lebendig? Willst du es nicht? Ja, nicht. Also es sterben massiv viele, oder? Klaus schüttelt den Kopf. Du guckst sie doch einfach morgen an, jetzt ohne von mir aus zweiter Hand zu erfahren. Also ich kann ja nur mal als Fazit zur Folge sagen, weil ich heute, ich wollte auch darüber sprechen, was sind denn gute Enden von so Filmtrilogien, von Filmserien oder von Fernsehserien? Also wie kann man das... Weil es gibt halt, also das andere Beispiel war ja Lost, was auch so ein... Lost hat so ein extrem enttäuschendes Ende, ja, ja. Aus mehreren Gründen. Ich bin ganz froh, dass ich damals mittwochs immer gearbeitet habe in der Lampe. Weil ich gehört habe, oh, da verlierst du dich voll und das ist voll geil. Und wenn ich denke, ja, total geil, ein bisschen so ein Sog. Und dann hast du die letzte Staffel, die alles zerstört, weil die irgendwie währenddessen zwischendurch mit tausend Ideen von Fans irgendwie durch Schraube kreiert wurde und macht halt alles. Also das ist voll gefährlich, das nimmt dir alles. Also weil ja, weil du nicht mehr die ganzen schönen Strang, das siehst du ja alles nicht mehr. Ja, Lost hat halt auch was von der Pyramide, die von oben, also von der Spitze her gebaut wurde, wo du sagst, okay, du hast das und dann holen wir das und dann ist ein U-Boot da und ein Eisbär ist auf der Insel und ein schwarzer Nebel und eine Seuche. Und die haben halt einfach immer mehr Rätsel und offene Fragen in die Serie geworfen. Klingt ein bisschen nach Schweighöfer. Ja, um halt jede Folge mit einem Cliffhanger enden zu lassen. Aber es hat sich währenddessen keiner Gedanken darüber gemacht, wie man das alles auflöst. Und es ist natürlich einfacher, wenn du halt so eine Geschichte vom Ende her denkst. Also ich denke an gute Enden zum Beispiel wie in den Shakespeare-Stücken. Die ja einfach, also gar die Tragödien, haben ja einfach ein ganz klares Ende. Und auch... Alle tot. Ja, also Hamlet, alle tot. Macbeth, alle Protagonisten tot. Aber ich meine, das ist halt ein ganz... Jürgen, Jürgen sind ja auch alle tot. Also ein richtiger... Ja, genau. Das hat halt einfach ein ganz schlüssiges Ende. Und wo du weißt, der Anfang führt halt genau auf dieses Ende hin. Ja. Also Macbeth zum Beispiel, nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil ich das auch am besten kenne von den Shakespeare-Stücken. Aber wo alles, was er macht, führt ihn halt genau an diesen Tod. Alles, was er macht, was er sich einreden lässt... Aber erwartet man das nicht dann irgendwann? Also ist da nicht zu vorhersehend? Ja, aber es schließt dann trotzdem... Die Frage ist halt, willst du lieber was haben, was die Leute nicht vorhersehen können? Ja. Was aber einfach extrem unplausibel ist? Ja. Oder willst du halt der Erzählung einen Sinn geben? Dass du halt nachher auch, wenn du zurückblickst, sagst, ah ja, okay, das hatte schon einen narrativen Sinn, dass ich die und die Szene gesehen habe. Dieser und dieser Punkt war wichtig. Ähm, weil ja alle Geschichten so funktionieren. Also halt diese, äh, so ganz klassische Sachen wie, ähm, wenn es ein kleines Beispiel ist, dass John McClane sich, äh, die Schuhe auszieht. Und, sobald er im Bad ist, ihn stirbt langsam. Die zieht er sich doch zu... Ach ja, genau. Genau, er zieht sich die im Bad ab. Weil wenn der Typ sagt von wegen, ey, komm so an und so kannst du Flugangst bekämpfen. Und stell dir vor, es hätte die Szene mit den Scherben nicht gegeben. Ja. Ja, beziehungsweise alles war später. Also ich meine, das war das Krasseste, weil er sich da verletzt, aber auch das Klettern im Aufzugschacht und dann das Runterfallen, war ja mit den Füßen alles viel, viel, viel schlimmer. Und stell dir vor, das wäre alles nicht passiert. Ja. Dann hätte es überhaupt keinen Sinn gehabt, dass er sich die Schuhe auszieht. Ja. Und, äh, das ist so ein bisschen bei Lost der Fall. Und auch bei Game of Thrones, muss ich leider sagen, heute Morgen war ich noch so ein bisschen, ja, ne, hm, schon je mehr ich darüber nachdenke, desto wütender werde ich eigentlich. Also du wirst nicht zufrieden mit dem Ende. Ähm, ich, also das, die Sache ist, den Schreibern wurde ja jetzt viel vorgeworfen, also den, äh, beiden Produzenten der Show, die auch relativ viel geschrieben haben. Kannst du sowas abschließen, wo alle sagen yes? Ja, ihnen wurde ja auch vorgeworfen, ähm, dass sie, dass ihnen das Material ausgegangen ist und seitdem ist die Show in der Qualität gesunken. Also weil die Bücher zu Ende waren und sie haben selber geschrieben, oder? Ja, genau, also die Bücher sind halt noch nicht nachgekommen. Buch 6, also bei Staffel 7 würde es anfangen. Äh, nicht, bei Staffel 6 fängt es an. Ähm, Buch 6, also Buch 6, es wäre dann quasi die Grundlage gewesen für Staffel 6 und das siebte Buch, das die Serie abschließen soll, wäre für Staffel 7 und 8 die Grundlage gewesen. Ähm, und das sechste Buch ist immer noch nicht draußen, es hat halt irgendwie inzwischen so sechs, sieben Jahre Verspätung. Die Frage ist halt, ob der Autor überhaupt das siebte Buch fertig kriegt, weil der halt inzwischen Mitte 70 ist und er hat das für das letzte Buch schon ewig gebraucht. Aber das Ende hat er halt irgendwo grob festgehalten und auch mit den Autoren abgesprochen. Also das, was am Ende, äh, die finale Lage der Show ist, oder, ich sag's jetzt mal, sollte die finale Lage der Bücher sein. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Autor nicht einfach sagt, naja, bei der Fanreaktion ändere ich vielleicht noch zwei, drei Sachen. Weil den Luxus hat er jetzt natürlich. Ja, ja. Auf der anderen Seite, dass die Game of Thrones, das erste Game of Thrones Prequel wird bald produziert, es soll nächstes Jahr, 5000 Jahre davor, namens Blood Moon. Aber es geht auch um irgendwelche Kriege oder Kämpfe, die jetzt auch schon mal thematisiert wurden. Es geht um Westeros und die erste Long Night, also das erste Mal, als die White Walker geschaffen wurden. Als die White Walker auch noch mit diesen Kindern, mit dem Feind klangend waren. Ja, genau, und den, äh. Aber waren sie eigentlich deren Untertan? Also hatten die Kinder da so gesagt, von wegen, so ihr seid, wir haben euch erschaffen, damit ihr schön, oder waren die von Anfang an eigenständig? Das ist auch so eine Frage halt. Beziehungsweise genau, das ist halt auch die Sache. Die White Walker, also wurden da ja in der Schlacht, äh, äh, wurde dieser Night King ja zerschlagen. Ja. Ist damit halt alles, es waren damit alle White Walker zu Ende und hatten die, also wird das nicht aufgeklärt, warum? Sind die einfach nur da, weil da? Also das ist dann so, äh. Also in der, in der Show ist es wohl so. Ach, pass auf, wir reden jetzt einfach, wir werfen mal die Frage mit dem Ende über einen Haufen, wir lösen jetzt einfach ein paar unaufgeklärte Sachen aus Game of Thrones auf. Die auch ohne, oh, ich versuche jetzt nicht zu spoilern, was die letzte Folge angeht. Okay, wir reden einfach. Also die Frage ist, äh, Klaus. Welche Sachen bei Game of Thrones sind offene Fäden? Okay, und das sind die White Walker unter anderem? Die White Walker unter anderem, also wenig überraschend eigentlich, finden die keine Erwähnung mehr. Die Frage ist, sparen die sich halt ganz viel davon auf für das Prequel? Was, ja, verstehe ich aus wirtschaftlicher Perspektive, aber ich finde es ja trotzdem ein bisschen asozial, wenn du halt einfach eine geschlossene Erzählung in dieser Serie mit acht Staffeln haben willst. Und ich finde, es ist nicht zu viel verlangt, dass du halt, ähm, einfach den Leuten sagst, ja, ja, ist so ein bisschen wie so Comicbücher in den 70ern und 80ern. Ah, aber wenn du die ganze Geschichte lesen willst, dann reicht es nicht, wenn du diesen Superman-Comic liest, weil in, äh, Panel 3 hat er Besuch von Batman bekommen und das verstehst du nur, wenn du die Batman-Reihe der letzten Wochen liest. Äh, äh. Also dieses Cosmo, das ist... Aber meinst du, das ist, also das wäre ja schon ganz schön perfide und auch sehr, sehr, sehr um die Ecke so gedacht, aber, ähm, aber die größere Gefahr ist ja wirklich, dass sie böse sind, weil sie böse sind. Und das ist ja dann immer eine ganz... Also das sind die schlimmsten Charaktere, weil die sind antriebslos. Ja, so eine außer Kontrolle geratene Waffe, so haben die Showrunner sie mal beschrieben. Aber ich finde, es ist, ja, es ist halt alles ein bisschen flach. Was wäre denn gewesen, hätten die gewonnen? Hätten die dann halt auch einfach so eine endlose Segel gehabt, halt alles flach machen und dann was? Und dann was? Das sind ja keine, die irgendwas zelebrieren oder irgendwas. Es ist halt alles nur, die rekrutieren Leichen als ihre Krieger und der sieht ja halt... Das ist doch alles Wurst. Ja, ich will jetzt nicht, äh, sonst spoiler ich, aber, ähm, man könnte ihnen, aber das ist halt, das ist auch, das geht schon wieder ins Theoretische, man könnte ihnen eine andere Motivation unterstellen. Aber das basiert auf einigen Prämissen. Und also unter anderem wäre eine der Prämisse, Bran kann ja durch die Bäume, durch die Zeit reisen und hat Visionen. Ja, aber der geht... Und der Night King scheint das ja auch zu haben. Wann hat man das? Der Night King hat ja, als er Bran berührt hat in der Hand, ähm, als er ihn markiert hat, war er ja in seiner Vision. Okay, das ist zu lange... Also der Night King, er hat auch... Das war der siebten, oder wann war das? Äh, ich hätte sechste, sechste gesagt, sechste. Ähm, Bran hat eine Vision und sucht den Night King, die Armee der Toten und ist halt da, wie er normal so durch die Visionen reist. Aber der Night King sieht ihn in der Vision und berührt ihn und dadurch ist er markiert und diese Schutzmagie ist aufgebrochen. Und, ähm, die Frage ist, inwieweit der Night King auch diese Visionen hat und gewisse Sachen quasi sehen konnte. Oder, und das trifft natürlich Fragen auf, wie, wollte er eigentlich die Drachen töten und Daenerys und sowas verhindern? Ist das vielleicht seine Aufgabe als Naturgewalt, das, äh, zu verhindern, dass Feuer die Welt überrennt? Also, die Einzige, die ja ganz klar dann quasi so, so einer eigenen Aufgabe oder einer, einer auferlegten Aufgabe gefolgt ist, ist doch diese, äh, Feuerhexe, die dann irgendwann sagt, dass ich war da, Melisandre, ja. Äh, was sollte sie nochmal beschützen oder bei der Schlacht halt einfach nur unterstützend sein? Ja, sie hat halt mit Feuer geholfen, mit dem Feuer des Feuergotts. Ja, weil es ja stärker war als alles andere, ne? Also, die anderen Feuer gingen ja irgendwie aus. Ja, genau. Also, selbst die Drachenfeuer waren nicht so stark wie ihre oder sowas, ne? Ja, die Drachenfeuer sollten eigentlich den Graben in Brand setzen, aber die Drachen haben es nicht mehr gesehen wegen des Windes. Aber das ist halt auch so krass, weil sie, also, sie war ja die ganze Zeit so gefühlt so ein bisschen, äh, intrigenhaft unterwegs und dann, als das durch war, war das so ihre allumfassende oder ihre übergeordnete Aufgabe und dann hat die gesagt, tschüss, äh, Medaillon ab, ich bin jetzt, äh, tausend Jahre, ich zerstülle jetzt wie, äh, hier bei Indiana Jones, äh, heilige Bundeslade oder was? Der übrigens, der Schauspieler, der das macht, er hat, äh, den Meister in der Hauptstadt gespielt, mehrere Staffeln lang. Äh, wen, wen? Äh, der den Nazi spielt, der aus dem Heiligen Gral trinkt. Echt? Ja. Was ist denn überhaupt mit diesen ganzen Meister, äh, Bibliotheken-Action? Also, diese, diese, dieses endlose Wissen über alles quasi, wo du denkst von den, ja, äh, Kollegen, wie wär's denn, wenn einer dann von euch mal mit so einem Reiterquatsch, der überall die Leute immer hinschickt, sagt, lass das mal sein oder das und das ist deswegen, dass die Leute halt auch ein paar, äh, äh, zum Beispiel, dass alle den Kingslayer immer so ankacken und er eigentlich im Hintergrund hat das halt alles nur gemacht, irgendwie, weil da halt so ein wahnsinniger Psycho, äh, äh, an Werk war. Ja. Und das aber nie thematisiert, so, weil er wahrscheinlich keinen Bock mehr hatte oder das Gefühl, das bringt nichts. Nein, den Teil seines Eides hat er eingehalten aus so einem falschen Ehrverständnis heraus. Achso, er durfte nicht drüber reden. Genau, sein Eid war, den König zu schützen und die Geheimnisse des Königs für sich zu behalten. Ja, aber es ist dann geheim, wenn man schon merkt, dass er kurz davor ist, Roman zu zünden oder so. Es gab halt, es gab halt auch, ähm, er wurde ja dabei von Ned Stark erwischt, wie er, genau, wie er onanierend auf dem eisernen Thron saß und der König, äh, in seinem eigenen Blut vor ihm lag. Und eigentlich wollte er sich davon stehlen. Hat es aber nicht mehr rechtzeitig. Das ist eine Story, ne? Genau, ja. Also er hat es auch mal erzählt. Ja, ja, gut, aber es ist jetzt kein Rückblick gewesen. Ja, nein, es gibt einen Rückblick, wo er den König ersticht, aber der ist halt nur so in ganz kurzen Blitzen zu sehen, als Bran durch die Zeit reist. Ähm, und das ist, aber, äh, und dann hat er sich halt schon, äh, so, also ihm wollte dann sowieso keiner mehr zuhören, weil sie nur gesehen haben, dass er den König ermordet hat. Ähm, und dann hat er halt auch weiter nie wieder darüber geredet und das alles fiel so ein bisschen runter. Aber was für einen Stand hatte denn dieser König bei allen? Ja. Dass der nicht angehört wurde? Ja, das gibt's auch, also es gibt halt total viele, ähm, spätestens bei den Feinden muss er doch, muss er doch irgendwie wie, wie ein Gott benutzt werden, weil er den König erschlagen hat. Auch, also ich mein, ja, Robert hat ihn ja, ähm, hat ihn ja in der Königsgarde verweilen lassen. Eben, weil er den König erschlagen hat. Also, der fette König in der ersten Staffel. Ah, okay. Der hätte ja, er hätte ihn eigentlich auch entlassen müssen und alle, der Konsens war wohl, Jamie hätte eigentlich zur Night's Watch geschickt werden sollen. Ähm, aber Robert hat ihm quasi vergeben. Naja, er hat es nicht so richtig aufgelöst, auch das, äh, das sagt Jamie einmal Ned Stark in der ersten Staffel, also Sean Bean. Ähm, als, ähm, der älteste Stark-Bruder, äh, Stark-Bruder von Ned und sein Vater hingerichtet wurden, stand der ganze Hofstaat da und hat gelacht, weil der König es so amüsant fand. und das hat er auch, weißt du, und ihm wird halt vorgehalten, dass er diesen König ermordet hat. Ja. Ja, also ist schon ein bisschen, seine Storyline wird noch ein bisschen aufgedröselt. Aber der ist doch letztes Mal schon, ja, das ist, die findet ein, die Storyline von ihm findet ein versöhnliches Ende, wenn man gut aufgepasst hat in den letzten Staffeln. Also werde ich es nicht mitkriegen. Fühlt sich jetzt mal super auf. Willst du dazu eine kurze Erklärung? Ja. Ähm, es gibt von der Kingsguard gibt es dieses weiße Buch, wo die großen Heldentaten der Ritter der Kingsguard drinstehen. Die Kingsguard sind die, das ist die, ist die Königsguard, die Leibwache des Königs. Von Westeros. Ja, sieben, es sind immer sieben Ritter, die den König als Lebensverpflichtung schützen. Also es ist ein Dienst auf Lebenszeit. Die, ja. Und auf seiner Seite steht nur, ähm, Jaime Lannister, als jüngster Ritter in den Stand der Kingsguard berufen, hat den König von hinten erstochen, äh, den er laut Schwur schützen sollte. Und das steht auf seiner Seite und nichts anderes. So. Bei den anderen steht es zum Vergleich? Äh, die großen Heldentaten, Sir Arthur Dayne, ähm, hat den, den, äh, Smiling Knight, ähm, was ist denn so eine Geschichte? Den Smiling Knight? Ja, der hat sich, so wie der Joker, äh, 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 klingt so ein bisschen wie aus, äh, Ritter der Kokosnuss. Die schwule Engländer! Also so ein mordender, vergewaltigender Typ, ähm, der so ein bisschen, so eine düstere Version von Robin Hood, ich glaube, so kann man sich das ganz gut vorstellen, der halt als Wegelagerer arbeitet. Und die Kingsguard sollte ihn umbringen und der Smiling, äh, Sir Arthur Dayne hat dem Smiling Knight das Schwert aus der Hand geschlagen, weil er ihn aber nicht unbewaffnet umbringen wollte, hat er ihm ein anderes Schwert gegeben und ihn dann im, äh, Zweikampf ermordet. Und so eine Sache. Für sein Ego oder was? Ja. Sir Barristan Selmy, den man noch in der Show sieht, der alte Ritter, der dann, äh, noch zu Daenerys geht, hat alleine in so einer, äh, einen Mann Rettungsaktion den Mad King gerettet, bevor er den Verstand verloren hatte. Aus der Gefahr, aus Geiselhaft. Okay. Ähm, und solche Sachen stehen halt da reihenweise drin. Wie, woher weißt du das? Weil ich, ich höre halt so ein paar Podcasts zu den, ähm, zu den Büchern und den Sachen, also ein paar Sachen, auch weil ich besser aufpasse in der Serie. Oh, was für ein Seitenlieb. Aber ein paar auch, also wegen der Podcast, also es gibt halt so ein paar Sachen, die werden in der Show halt mal so erwähnt. Was ich übrigens empfehlen kann, was ganz schön ist, ist, ähm, History and Law of Westeros. Das sind die, ähm, die DVD oder Blu-ray-Extras der Staffeln. Und das sind immer so kleine animierte Features, wo sie über so ein paar Sachen reden. Okay. Die teilweise ganz amüsant sind, teilweise, ähm, Sie sind bei YouTube auf dem GOT-Kanal. Story relevant. Nicht auf dem GOT-Kanal, aber irgendjemand hat die freundlicherweise gepiratet. Okay. Auf YouTube. Ähm, ja. Was, ich glaube, was auch, wo du gerade von Melisandre geredet hast. Ich habe von wem geredet? Der Roten Feuerhexe. Ja, habe ich. Ähm, die hat ja auch die ganze Zeit, als sie eingeführt wurde, hat sie noch mehr von dieser Prophezeiung geredet. Warum hat sie noch mal irgendwie ein Schatten gebildet? Ich habe schon... Weil sie, ähm, weil sie halt unbedingt wollte, dass Stannis Baratheon, der, ähm, älteste Bruder des fetten Königs, König von Westeros wird und die White Walker besiegt. Und was war dieser Schatten? Oder was war der? Äh, das... Sie ist, ja, gelernte Schattenbinderin aus Asshai. Das ist quasi, also sie ist halt so eine rote Priesterin. Das ist ihr Beruf, aber sie ist bei der Schattenbinder-Handelskammer. Und kann halt Schatten an ihren Willen binden. Naja, also... Er erklärt immer noch nicht, warum sie in Schatten jetzt geboren hat. Also was hat sie davon? Ach so, sie hat, sie hat damit, äh, den jüngsten Bruder von Robert, vom fetten König, umgebracht. Also der Schatten ist los und hat den... Ja, genau, genau. Ähm... Das ist auch in der zweiten Staffel. Ähm, und sie hat immer von dieser Prophezeiung geredet. Ähm, also diese extrem wichtige Prophezeiung mit diesen Eckpunkten. Und wir suchen den wiedergeborenen Azorahai, den Prinzen, der uns versprochen wurde. Oder es kann auch die Prinzessin, die uns versprochen wurde, heißen. Äh, und nur der wird die lange Nacht aufhalten. Nur der wird sich der Finsternis entgegenstellen. Oder die. Ja. Und das spielt mehr oder weniger überhaupt keine Rolle. Also ich meine, es gibt dieses, äh, in der Show ist das Born amidst salt and smoke under a bleeding star. Azorahai reborn shall fight back the darkness. Und das ist, also ich meine, die beiden, auf die es halt zutrifft, in verschiedenen Maßen, sind halt Jon und Daenerys. Mhm. Und bei der Long Night, also in der Folge der Long Night, haben sie beide halt nicht die entscheidende, den entscheidenden Part dazu beigetragen, die Apokalypse wirklich aufzuhalten. Absolut. Und, ja, und auch die Prophezeiung wurde nie wieder erwähnt. Also das, worüber sie alle geredet haben, weswegen Daenerys überhaupt in Essos, also auf dem östlichen Kontinent, so beliebt ist. Weil die halt die ganze Zeit nur darüber geredet haben, dass, nein, nein, sie ist die versprochene Heldin der Menschheit. Sie ist der Fürkämpfer fürs Licht. Ich dachte, weil sie halt die ganzen Sklaven befreit hat. Deswegen war sie bei den Sklaven beliebt, aber bei sonst niemanden. Und die haben halt, weil die größtenteils der roten Religionen folgen, haben die einfach gesagt, naja, wir glauben eh, dass du die Außerwählte bist. Wir sagen das den Menschen jetzt einfach mal. Okay. Und dann werden die schon sagen, naja, gut, also wenn ich ja jeden Sonntag in die Kirche gehe und die sagen mir, Daenerys ist von Gott gesandt, um das Licht zu bringen, dann klingt schon plausibel. Ist ganz hübsch, die Olle. Ja, und der Drache mit Feuer hast du ja auch. Ja, eben. Das ist halt auch so. Und das ist Azor Ahai, der versprochene Held, führt ein feuriges Schwert. So. Das könnte halt, aber die feurige Waffe kann halt auch ein Drache sein. Kann auch dieser alte Humpelfuß mit einem Auge und dem Ölfeuer am Schwert immer sein. Ja. Ja, Sir Beric Dondarrion. War das der Typ, der 40 Mal wiedergelebt wurde? Ja, so ungefähr. Aber der gehört jetzt zu der gleichen Humpel-Gang, ne? Ja, ja, ja. Der Brotherhood Without Banners. Ist der, der dann tausendmal wiedergekommen ist, jetzt auch, der ist auch in der Long Night gestorben. Der ist in der Long Night gestorben. Ja. Ja, aber es ergibt halt dann einfach, also soviel nochmal zu erzählerischem Sinn, es ist eine nette Überraschung, dass Arya den Night King umbringt, aber es ergibt erzählerisch überhaupt keinen Sinn. Also es gibt nichts, sie hat keine Verbindung zu ihm, das macht auch für ihre Storyline ja überhaupt nichts. Also sie wird ja eh zum übelsten Helden so geschoben die ganze Zeit. Also jetzt auch das Ende von der vorletzten, wie die da halt so rum, wo du ja auch zum Schluss auf dem Pferd dann durch diese zerstörte Stadt wegreitest, wo ich ja auch meinte, die sieht so aus, als ob die dann halt nochmal alles, allerdings... Also das kann ich auch machen, es ergibt auch eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass sie dann überhaupt nach King's Landing mitgekommen ist. Das ist halt auch noch so eine Sache, weil wenn der Hound sagt ihr eh an der Stadt, nee, geht zurück, sonst wirst du wie ich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das hättest du ihr auch vor der Reise sagen können. Ja. Dann hättet ihr nicht die ganze Zeit da als... Oder hat er nur keinen Bock gehabt, alleine da hinzureiten. Ja, das Geile ist ja auch, dass am Anfang wurde er doch von irgend so einer Guard halt aufgehalten, als die beide auf dem Pferd waren und er meinte von wegen, Alter, sie macht alle platt, hau ab. Von dem Belagerungsring. Genau so. Und dann sind sie halt einfach durchgeritten und dann, als sie dann da waren, meinte er, hau ab. Ja, das ist halt so eine... Ja, oder vielleicht Alternativplan, sag doch einfach mal Jon und Daenerys, dass Arya eine Attentäterin ist. Mit Meisterbrief. Dann kann sie in die Stadt und Cersei umbringen. Ja. Das ist ja eh das Geile, dass sie halt irgendwie, weiß nicht, war das Staffel 5 oder sowas, wo sie diese ganzen Gesichts-Wandlungs-Action so gelernt hat und überall rumschleichen und plötzlich verpuffte das so. Sie hat es nur einmal noch eingesetzt, im World of Frey umzubringen. Den Gastgeber der Red Wedding. Okay. Denen und seine ganze Familie hat sie vergiftet. Aber generell war das ja eine unheimliche Fähigkeit, dass die halt immer wie Schatten rumgesprungen ist und Leute ja auch nicht martialisch im Kampf erlegt hat, so wie den Night King, dass sie da halt springend da rein, sondern dass sie plötzlich, öh, und dann war sie da oder war gar nicht da und die sind vielleicht im besten Fall ja vergiftet. Also so ein Schleichen, so ein Ninja-Dings. Und das ist ja auch weggegangen. Ward of Frey hat sich noch die Kehle aufgeschnitzt, wie er ihrer Mutter. Ja, okay. Also das war ein starker Einstieg für die siebte Staffel und danach. Ja, wow. Ja, also diese ganze Prophezeiung, die halt einen Riesenteil davon ausmacht und wie ich finde, halt auch einfach ein Teil des Reizes der Show, dass nämlich dieses ganze menschliche Geklüngel und diese ganze Gier überhaupt keinen, das hat keine Bewandtnis für die größere Story. Aber die Prophezeiung ist so in den Hintergrund, also die haben, Ja, eben. Also es wurde auch, das höre ich jetzt durch dir so. Es wurde auch ewig nicht mehr erwähnt, das letzte Mal, als es erwähnt wurde, war als John von den Toten zurückgeholt wurde. Boah, das ist ja auch schon sechs, oder wann war das? Jetzt war das, fünf, sechs? Nee, der Anfang der sechsten Staffel, ja. Das war der Anfang der sechsten Staffel, wo das, also das war halt, weil Melisandre halt dann der Überzeugung war, nein, nein, er muss der wiedergeborene Held sein. Also ich meine ja auch nicht, nicht ganz ohne Basis. Es gibt sogar, und ich weiß nicht, ob sie das sogar noch zum großen Teil machen wollten, weil es gibt noch dieses Born Under a Bleeding Star. Ist das nicht irgendwie so ein Lied von Joe Cocker oder so? Ja. Born Under a Bleeding Star. Das wird halt, es wird halt auf Daenerys gemünzt, weil, als sie ins Drachen, ins Feuer gestiegen ist und die Drachen geboren wurden, war gerade dieser rote Stern am Himmel zu sehen. Ah, stimmt. In der ersten Staffel. So, und sie wird ja dann quasi metaphorisch wiedergeboren. Phoenix. Genau. Es war ziel. Bei Johns Geburt hat, Eddard Stark das Schwert eines der Ritter der Kingsguard ans Bett gelehnt. Mit seinem Blut an dem Schwert. Und am Griff ist ein Stern zu sehen. So, und das auch, wenn du es halt in so einer Vision siehst und einfach nur versuchst, so wie du es, wenn du es nur so und so blitzen siehst wie Bran durch die Vergangenheit, versuchst wiederzugeben, sieht es halt auch aus wie Born Under a Bleeding Star. Und das ist halt, das ist so prominent in dem Shot, dass ich, ich hätte Geld darauf setzen können, dass das nochmal vorkommt. Aber. Ja, weil das ist wirklich, das ist nicht irgendwie in einem White Shot, sondern du siehst im Detail, wie er das Schwert ans Bett lehnt. Liana, also Johns Mutter in der Unschärfe mit dem Sohn in der Hand und der Schwertgriff mit dem Stern unten am Griff am Knopf oder Knopf ist genau im Bild. Also es ist halt wirklich so ein prominentes Bild, dass du eigentlich sagst, es ist seltsam, dass das nicht wieder eingesetzt wurde, weil es genau so wirkt, als wollten sie es halt genau ins Licht drücken. Und dann wurde nie wieder über die Prophezeiung geredet. Aber hier nochmal die Meister. Warum sind, warum sind die in so einer Monster-Bibliothek und wissen halt einfach so viel und sind nicht permanent Ratgeber von irgendwelchen an jedem Schloss ist einer. In jeder Burg ist ein Meister. Aber, aber, du bekommst halt da deine Ausbildung in der Zitadelle, aber was ich, Spandau. Nice. Schöne Freilichtbühne auch. Dieses Ganze, die haben ja auch ganz viel Wissen weggeschlossen, was einfach, wo keiner Zugriff drauf hat. Das ist ja auch noch so eine Sache. Sam hat ja ganz viel von diesem verschlossenen Wissen mitgenommen, aber das hat auch nie eine Rolle gespielt. Das ist nicht, wo du sagst, das sind die ältesten Rollen. Da steht übrigens drin, wie die erste Long Night abgewendet wurde. Damit wir eventuell daraus lernen. Einfach mitgenommen, 5000 Jahre alte Porto-Zeichnungen. Ja, also die Meister sind halt, die werden jetzt schon ein bisschen halt so verschwoben und bürokratisch dargestellt. Aber, aber warum, also warum mit ihrem Wissen nicht so, weißt du, dann sagt so, so Daenerys zu dem Kleinwüchsigen von wegen, ich brauche dich, du bist das Wissen hier in der ganzen Bande. Ja, also er hat so ein, er hat so gut empathisches, menschliches Wissen so im Laufe seiner Suff und sonst was und seinem, seinem schwierigen Leben, aber er hat ja nicht halt irgendwie die Fachwissen, nicht das Fachwissen. Also, dass da nicht da irgendwie so ein vertrauensvoller Opa daneben steht, der sagt, ich kann mal kurz sagen, wie das denn war, 5000 Jahre vorher. Nee, will ich gar nicht wissen, ich frage den kleinen Säufer. Sag mal, ich frage den kleinen, lass mal in Ruhe. Also ich weiß, in den Büchern gibt es da auch ganz viele Verschwörungstheorien rund um die Meister. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch Sachen, dass manche Meister halt dann auch anderen Meistern sagen, Alter, das sagen wir nicht. Ja, genau. Weil dann passiert das und das. Genau, und dass die das halt einfach, weil in jedem Schloss ist einer, dass die das halt einfach so ein bisschen lenken, dieses ganze Weltgeschehen und den Leuten halt einfach teilweise gezielt falschen Rat geben und auch, dass die Meister halt so eine Verschwörung leiten, um die Magie aus der Welt zu verbannen. Und dass das letzte, also als Daenerys Drachen geboren wurden, gab es halt ewig keine Drachen mehr, so 100 Jahre oder so, 100, 120 Jahre. Sind die denn irgendwie verwandt? Also sind das irgendwie quasi Vorfahren oder? Das sind versteinerte Dracheneier, die sind wohl aus einem anderen Teil der Welt. Ja, ich meine aber aus dem Teil, wo sie herkamen, gab es da auch die anderen Drachen irgendwann mal her? Ja, die letzten, ja, also die Drachen kommen wohl eigentlich aus dem ganz fernen Osten, da wo die rote Feuerhexe ausgebildet wurde. Dreieinhalb Jahre? Genau. Bei 66 Euro monatlich wahrscheinlich? Das waren harte Zeiten damals. Ne, das war noch D-Mark. Oh. Die ist ja schon ein bisschen älter, wie man sieht. Und dann haben aber auf der Valyrischen Halbinsel, die ist in der Mitte von Essos, von dem östlichen Kontinent, von dem, was man kennt, haben fast... Halbinsel, so wie Rügen quasi? Ja, genau. Auf dem Essoschen Rügen haben so ein paar Schafhirten Dracheneier gefunden. Valisa wahrscheinlich? Ja. Und es war so eine Vulkan, eine aktive Vulkangruppe und die haben daraus Drachen aufgezogen und basierend auf den Drachen ihr Imperium gegründet. Wie man in der Folge The Bells gesehen hat, geht das relativ leicht, wenn man eine andere Stadt einfach bequem dem Erdboden gleich machen kann. Da ist halt kein Kraut gegen gewachsen. Das ist eh das Geile, weil du siehst, wie diese Feuer, massive Feuer, Feuerintensität der Drachen halt Häuser zerspringen, die ihn zerpulvern lässt und dann siehst du halt aber in diesem Krieg, in dem Kampf, dass diese gleiche Feuerkraft halt irgendwelche Kämpfer anfängt zu brennen. Aber eigentlich müssten die platzen, eigentlich müssten sie in dem Moment verpuffen. In dem, irgendwie eine Folge später macht der halt mit seinem Feuerstrahl alles Matsch und eine Folge vorher sagt er, ja gut, alter, seine Haare und der ganze Körper und gut, der verbrennt zwar, aber eigentlich wäre es instantly patsch. Da müsste man schon sehr am Rande stehen, ja. Ja, aber weil das ist halt so, also die massive Steinhäuser, puff. Ja, das ist so ein bisschen, ein Krieger, so bei der Stadt ist es so ein bisschen, als ob man so eine A10 über die Stadt fliegt. Also dieses ganz hässliche Kampfflugzeug, was Warzenschwein heißt, was halt voll ist mit großkalibrigen Maschinengewehren. Was, was? Es ist so ein Luft-Boden-Kampfflugzeug. Das gab es auch bei Command & Conquer. War das bei dem Guten, oder was? Ja, ich glaube schon. Aber es ist halt so, es ist halt darauf ausgelegt, möglichst viel Verwüstung am Boden anzurichten. Okay. Und so ist es halt so ein bisschen mit dem Drachen. Also ich meine, so. Und dann versteht man schon, wie die quasi darauf basierend ein Imperium gründen konnten. Und dann ist aber diese Halbinsel versunken bei so einer Katastrophe aus Vulkanfeuer. Wieso konnte eigentlich Jamie und seine Schwester, gut, Eingang oder Ausgang oder was auch immer, da war ja ein bisschen Steine, aber dass halt dieses, diese Monsterstadt nicht halt x Tunnelsysteme unten hat, dass sie sagen, alles klar, hier geht's rein, oh nee, da ist zu, hier geht's rein, oh nee, da ist zu, aber dass die mindestens noch fünf hätten, sondern die sind ja runtergerannt. Es war ja diese eine geheime Tunnel. Also ich meine, irgendwann wird es zur Gefahr, dass du die Burg einfach untergräbst. Also dass du einfach ein paar schnelle Eingreiftruppen in die Burg schicken kannst und die Burg nicht mehr zu verteidigen ist. Okay. Aber, ja, da gibt's auch noch einige, also auch, das kann ich mal sagen, die Topografie von King's Landing sieht ganz anders aus als in anderen Staffeln. Das heißt, es ist jetzt im, im, es liegt viel weniger am Wasser und es gibt Wald und Berge drumherum, die weg sind. Da sollte man sich in Westeros mal eher Sorgen machen. Klimawandel, ne? Ja. Ja. Um mal Detective Pikachu zu zitieren, mit dem ganzen Scheiß, der hier passiert, wie kann man da nicht an Klimawandel glauben? Oder, äh, wo war das bei Herr der Ringe, wo sie die ganzen Bäume abgerissen haben, damit sie halt, äh, Eisen gießen konnten, oder? Ja. All must burn in the fires of industry. So. Ja. Ja, also, dass die Meister, ja, ist auch so eine, ach, alles so ein bisschen nutzlos, auch, wie gesagt, also die Bücher, die Sam gestohlen hat, total nutzlos. Wann ist Daenerys eigentlich gekippt? Also ich meine, die ist ja, als sie da auf dem Drachen saß und das die Burg gesehen hat, von jetzt auf gleich. Ne, 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 ich meine jetzt nicht von wegen, dass sie sagt, ich mach weiter, sondern generell ist die ja vorher schon gekippt, als sie, also die war ja schon vor der letzten Staffel, also jetzt war es ja halt auch, als dann John irgendwann sagte, das ist Sache, wir sind verwandt, ne? Hallo Tante. Und sie sagt von dem Ding, dann bist du der Nächste. In der Thronfolge. So, also es war ja nicht die Reaktion, oder irgendwas machen wir jetzt. Also die Targaryens haben ja berühmterweise immer ihre Brüder und Schwestern geheiratet. So. Da ist, da ist jemand wie Daenerys, der muss da Kulanz walten lassen. Ja. Ich meine, ihre Eltern waren auch Geschwister. So, hat niemand geschadet. Ne, ich meine, aber das ist ja halt auch schon so, also da gab es doch dann irgendwann, war das nicht irgendwann, als dieser eine Schauspieler wechselte, als sie da halt irgendwann dieses komische, vor so einer riesigen Stadt wartete. Dariona Harris. Und, und da gab es auch halt irgendwie so einen Superkrieger, der sich dann in sie verliebt hatte. Und da war sie halt auch schon ein bisschen strange so. Also die, also die war ja halt. Ja, sie war, sie war immer gewalttätig. Genau. Immer. Aber sie hat immer nur die, eigentlich immer nur die Schuldigen getroffen. Ja. Aber, aber das kippte, also irgendwann, irgendwann macht sie so Matsch und dann war die halt einfach nur so Gier. Und das war vor dem, dass seine, dass ihre Zofe da den Kopf abgeschlagen kriegt hat. So, das war vorher schon alles, war die schon so. Ja, aber es gab halt nicht spielerisch so, wo du denkst, alles klar, ich verstehe, jetzt ist sie so, weil das und das passiert. Ja, es fehlt uns einfach total der, ein plausibler Grund, damit sie halt diesen Turn macht. Genau. Also ich, wäre sie einfach nur vom Rande der Stadt zur Burg geflogen und hätte die eingerissen und riskiert, dass die tausend Zivilisten, die da um die Burg herum sind, drauf gehen, hätte ich völlig plausibel gefunden. Ja, das ist halt was anderes. Ja, aber genau, das ist, der Gras von hinten an oder irgendeine Scheiße, da stand ja nicht in der Mitte. Ja, die ganze Stadt niederzubrennen und jeden in der Stadt zu töten, weil die hat ja sicherlich hunderttausend Leute verbrannt, Minimum. Ja. In der Stadt wohnen eine Million. Ja. Also hunderttausend sind easy dabei draufgegangen. Ja. Dieses Massaker anzurichten ist A, so unerklärlich und B, so out of character. Und das Krasse ist halt auch, wie diese Welle von ihrer bizarren Haltung auch auf ihrer eigene Gefolgschaft so übergelappt ist. Also das halt grauer Wurm, weil seine Frau da halt irgendwie abgekörbt, dass der halt dann auch voll psychisch war, okay. Aber generell war es ja in diesem Moment, als Jon Snow mit seinen Leuten erstattet und dachte, endlich ist der Scheiß zu Ende. Die Glocke ertönt, alle halten an, die lassen die Waffen fallen und sie fängt halt an loszufliegen oder irgendwas und grauer Wurm geht halt los und dann war es ja nicht, dass hinter ihnen seine Leute gezweifelt haben, sondern die haben gedacht, genau, also wie dann plötzlich alle so blind sagen, ich habe dieses Gefühl von ihr übernommen und jetzt ist Feierabend, also wir werden jetzt gar nicht gewinnen wollen, sondern wir wollen blutig sterben. Mehr verstehe ich es tatsächlich noch bei den Stark-Soldaten, die ja bis vor ein paar Jahren noch im Krieg mit den Lannisters waren. Ja. Also da verstehe ich es noch mehr, dass die die Schlacht fortführen. Ja, da gibt es bestimmt tausend Väter, die durch umgekommen, genau. Jeder hat seine Revenge-Geschichte. Ned Stark wurde von den Lannisters umgebracht, Robb Stark wurde von den Lannisters umgebracht, ganz viele Fürsten aus dem Norden wurden bei der Red Wedding einfach hingerichtet. Ja. Also da verstehe ich es noch, aber dass die Unsullied, die eigentlich immer als so eine kühl kalkulierende Armee, die einfach nur sinnlos Befehlen folgt, gelten, dann so durchdrehen, ist echt auch ein bisschen. War Daenerys nicht irgendwie noch bei so einem Jungen und meinte von wegen, ich habe deinen Vater und deinen Bruder umgebracht? Ja, das war Sam. Sam war? Der dicke Meister. Ah. Achso, weil er Jon gesagt hat und deswegen wollte sie ihn dann reinpimmeln. Ja. Ah, okay, weil ich gerade gefragt habe, warum macht sie denn so was? Nein, nein, sie hat es ihm davor gesagt. Davor? Sie hat davor mit ihm geredet, weil sie den Mann sehen wollte, der Ser Jorah geheilt hat. Den mit der grauen Haut. Ja. Aber warum musste sie ihn dann, das ist ja auch schon wieder, was soll denn das? Sie hat es ihm halt gesagt, weil sie, aber sie wollte die sein, die es ihm sagt. Das finde ich noch fair. Aber warum, also das meinte ja auch Tyrion in dem Moment, als sie es gemacht hat, warum musste sie beide hinrichten? Warum den Vater und den Sohn? Der Vater ist halt so ein alter starrer Idiot. Und natürlich, der hätte sich ihr nie ergeben, aber den Sohn hätte man halt ein paar Tage im Kerker aufweichen können. Ja. Und der Sohn war ja auch eindeutig, der war ja, das ist ja der jüngere Bruder von Sam. Der war ja irgendwie so Anfang 20. Ja. Also das ist ja, das hättest du ja politisch beeinflussen können, du hättest dir nicht, wirklich nicht sinnlos beide hinrichten müssen, nur aus Trotz. Ja. Das ist ja auch schon, das fing ja auch schon, das ist halt alles so weit zurück, wie er komisch war. Aber das sind immer noch die Leute, die sie für schuldig hält oder die sich ihr entgegenstellen und jetzt in der Stadt ist ja einfach völlig durchgedreht. Ja gut, also das, die ganze Art und Weise, wie das aufgelöst wurde und wie unplausibel es wurde und zu was für einem generischen Schurken sie wurde. Das ist ja, das ist zum Beispiel halt auch, dass dieser, dass der Kleinwüchse, dass der halt auch irgendwie das gespürt, dass sie so kippt. Aber wie lange er, also dass er die ganze Zeit bei ihr bleibt. Das Einzige, was er ja macht, seinen Bruder. Dass er sogar noch Varys verpetzt. Varys? Den Eunuchen. Ja, genau. Das übrigens, aber das fand ich schön, das habe ich nämlich gar nicht so gesehen in der Folge. Aber ein netter, weil es gar nicht, weil gar nicht so darüber gesprochen wird. Varys redet doch am Anfang mit so einem kleinen Mädchen. Was heißt am Anfang? Am Anfang der letzten Folge, die du gesehen hast. Achso. Am Anfang der letzten Folge, die du gesehen hast. Er redet doch, klar, er wurde ja hingerichtet. Natürlich ist er nicht jetzt in der anderen Folge noch dabei. Aber er redet doch mit so einem kleinen Mädchen und fragt sie, ob Daenerys jetzt gegessen hat. Echt? Ja, das ist sein Gespräch. Er fragt, wie es der Könige geht und fragt, ob sie schon gegessen hat und das kleine Mädchen meint so, ja, die Armee, die Soldaten. wo er schreibt gerade. Genau. Die Soldaten. Wo irgendwie diese Information, die er dann sofort verbrennt. Nee, das schon als er gefangen genommen wird. Den anderen Fürsten hat er es schon geschickt. Er hat aufgeschrieben, dass Jon eigentlich der König ist. Okay. Da reichnet mich sehr befreit ist ein Mädchen und sie sagt, naja, Daenerys hat seit Tagen nichts gegessen und die Implikation der Szene ist, dass Varys sie vergiften möchte. Ich wollte euch gerade sagen, das hatte ich leider nicht auf dem Schirm, dass das passiert, aber dann wäre genau der Gedanke. Ja. Ich fand es irgendwie cool, ich weiß nicht, ob ich das bei dem Making-of gehört habe oder sowas, wo der Kleinwüchsler hat ihn doch noch angefasst. Ja. Zum Schluss. Und da meinte er, der wurde nie angefasst oder er mochte es nicht angefasst oder irgendwie sowas. Das war mit der Berührung. Oder dass die sich nie angefasst hatten. Ja, das kann... Und das war so das erste Mal, dass halt dieser Blick runter und das so... Ja, aber auch ein bisschen, also gesagt, es gibt noch in den Büchern gibt es da noch ein paar Theorien dazu, auch wie er kastriert wurde und dass sein Geschlechtsverbot dem Feuergott geopfert und die Stimme aus dem Feuer hat wohl irgendwas gesagt und eine rote Priesterin schaut ihn einmal in einer Staffel davor an und fragt ihn, ob er wissen möchte, was die Stimme gesagt hat. Und das so ominöse Sachen, die halt einfach nicht aufgelöst werden. Das ist halt, weil... Bratwurst, frische Bratwurst. Ja, oder hatte das halt irgendeine Bewandtnis dafür, für die Long Night. Okay. Dass sie... Es gibt halt auch die Theorie, dass er eigentlich ein Targaryen ist. Der Enoch. Ja, aus der unehelichen Blutlinie der Targaryens. Okay. Also zumindest in den Büchern. Deswegen rasiert er sich halt immer den Kopf. Weil mit den silbrig-weißen Haaren kann er es halt schwer verbergen. Aber, ähm... Jetzt auch mal ohne das, aber ich meine, dem Feuergott hat auch ständig Kinder und so geopfert werden. Und auch die Tochter von Stannis von der roten Hexe niedergebrannt wurde. Und das hat auch jetzt... Dadurch, dass es halt... Auch dadurch, dass die White Walker halt so eindeutig böse waren, fehlt halt einfach die Dualität, dass der Feuergott auch nicht eindeutig gut ist. Mhm. Sondern es wirkt jetzt so, naja, die haben halt jetzt die Apokalypse verhindert, ne? Gibt es jetzt eigentlich keine Bedrohung mehr nach der Long Night? Also für Menschen, sondern nur klassisch Menschen gegen Menschen? Oder gibt es... Klimawandel? Hm. Gab es noch mal diese riesigen... Also ich meine, das war hinter der Mauer war... Die Riesen sind so gut wie tot. Alle tot. Also wenn nicht alle, ich glaube eigentlich, die Implikation war schon alle. Also der letzte lebende Riese war der, der das Tor von Winterfell durchstoßen hat. Und den hat Ramsay Bolton umgebracht. Okay. Mit einem Pfeil ins Auge. Und die anderen Riesen waren wohl alle schon tot. Und die Children of the Forest haben auch mal gesagt, es gibt nur noch sehr wenige Kinder des Waldes und es gibt auch nur noch sehr wenige Riesen. Es gibt auch keine anderen Superwesen wie Drachen. Es gibt jetzt nicht irgendwie nochmal so ein Zykloten-Ammel oder irgendwas. Womöglich am anderen Ende der Welt. In Boxto-Hode. Ja. Nein, also die Weltkarte ist einfach nicht komplett von der, von Planetos. Planetos. Nein, es ist, der Planetos hat keinen Namen, aber es wird da gerne Planetos genannt oder, ja, Planetos. Wegen Westeros und Essos und der südliche Kontinent heißt Sothorios. Aber Daenerys hätte auch mal ein bisschen rumfliegen können. Das war die schnellste Reisemöglichkeit. Ja, aber hat es halt nicht gemacht. Aber ich meine, also im Süden, der südliche Kontinent, da gibt es wohl relativ dicht nach dem Uferstreifen einen dichten Dschungel, wo keiner durchkommt. Ja, fliegen. So. Und die, die Leute im südlichen Kontinent gehören anscheinend einer anderen Spezies an. Das heißt wohl, die können die Sprache der Menschen nicht lernen und sind genetisch mit den Menschen nicht kompatibel. die Frage ist, inwiefern das Propaganda ist, weil halt keiner da richtig hinreist. Und im Osten hört die Karte auch einfach irgendwo auf. Gut, ist ja wie hier. Es gibt, genau. Es gibt dann im Osten halt noch die fünf Forst. Das ist so ein Äquivalent zur Eismauer und dahinter sollen irgendwelche Dämonen wohnen. Wie bei einem Ostkreuz. Genau. Und was dann halt, also wenn du das dir mal jetzt bildlich vorstellst, auf der Karte, im Osten ist die Karte auf der Seite begrenzt, bei Westeros ist sie im Norden begrenzt, wo die White Walker wohnten. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass Essos und Westeros an der Seite verbunden sind. Über, vielleicht sogar über den Pol. Meinst du, es wird in diesem Prequel so ein bisschen auch die Karte? Ich glaube nicht, dass das so eine große, die Karte hat sowieso nie so eine große Rolle gespielt in der Serie, außer, abgesehen vom Intro, aber wo du auch wenig geografisches Verständnis dafür bekommst, wie die Welt aufgebaut ist. Es wurde auch niemals thematisiert, dass irgendwelche Schlachten oder Krieger oder Völker oder Viecher aus irgendwelchen Teilen kamen, die noch nicht erschlossen sind. Sondern die Geschichte, die sie thematisieren, sind alles schon erschlossene Gebiete. Das heißt, man wird im Prequel nichts sehen, wo man denkt, ach Mensch, ein Golompo oder sowas. Vielleicht reisen wir weiter in den Norden, jenseits der Mauer, also bevor die Mauer gebaut wurde, aber... Ja, aber hinter der Mauer sind doch, jenseits der Mauer sind doch schon hier, der Rotbärtige, das ist auch schon jenseits der Mauer. Ja, aber wenn wir halt noch weiter in den Norden reisen, wirklich so Richtung Pole, wo, das heißt in Westeros Sprache, the lands of always winter. Aber ich dachte, da kämen die Night King, neben der Night King her. Ja, genau, vielleicht kann man da mal ein bisschen gucken. Achso. So eine Touristenbroschüre oder so machen. Haben eigentlich die Waldkinder oder sowas, wo waren deren Stützpunkte? Denen gehörte ganz Westeros, bis die Menschen da gelandet sind. Also darum geht es in dem Blood Moon, dass die Menschen und die Kinder des Waldes im Krieg sind. Okay, aber also, das ist diese erste große Schlacht? Oder wie hieß die erste große Schlacht? Die erste lange Nacht. Und die erste lange Nacht? Es gibt, also die Kinder des Waldes, die haben wo echt ziemlich viel Scheiße auch gemacht mit dem Planeten. Also das waren gar nicht jetzt so die friedlichen Naturgeister, die die ganze Zeit sagen. die haben richtig, also die Menschen, der Westeros und Essos waren im Süden von Westeros über eine Landbrücke verbunden. Und darüber sind die ersten Menschen nach Westeros gekommen und haben angefangen die Weirwood Trees niederzureißen. Die what? Diese weißen Bäume. Oh, okay. Die mit dem Roten Blättern. Ja, genau. Und das sind ja quasi die Götter der Kinder des Waldes. Und die Kinder des Waldes haben daraufhin mit dunkler Magie die Landbrücke zerschmettert. Okay. Die sind halt jetzt nur noch so ein paar verstreute Inseln. Ja, gut, aber das ist jetzt immer eine Maßnahme, die man ja noch verstehen kann. Ja. Deren Götter platt machen ist ja auch nicht so cool. Ja, als die, dann haben sie sich weiter nach Norden zurückgezogen, die Kinder des Waldes. Und als die Menschen dann nachkamen, haben sie mit einer riesigen Flut, die engste Landstelle von Westeros überschwemmt, wo heute ein Sumpfgebiet ist. Und diese riesige Flut haben sie mit etwas gerufen, das The Hammer of the Waters heißt. Also was halt sowas wie ein Meteoriteneinschlag sein könnte. If I had a hammer, hammer in the morning. Und ich meine, das ist halt ziemlich viel Scheiße, die die mit dem Kontinent gemacht haben. Und wenn du jetzt bedenkst, dass die Jahreszeiten unregelmäßig sind in Westeros, also so viel, wenn du so tief in den Planeten eingreifst, kann das halt einfach die Ursache dafür gewesen sein. Also ich denke, davon wird man ein bisschen mehr sehen. Also von dem, was das Land geprägt hat, und das spielt auch noch im letzten Zeitalter der Helden, also der, der die Long Night aufgehalten hat, gilt als The Last Hero. Also es gibt quasi nur zwei Long Night. Ja. 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 Das erste Mal, als die White Walker kamen, dann waren sie jetzt ein paar tausend Jahre im Urlaub, und jetzt, wo sie wieder kamen. Das ist halt auch so, warum waren sie nicht, ach, diese ganze White Walker-Storyline ist echt enttäuschend. Aber gab es dazwischen nicht irgendwelche menschlichen Kriege, oder? Oh ja. Ja, 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 ja. Unter anderem, wie die Targaryens an die Herrschaft gekommen sind. Okay. Also das, wie sich Westeros und so verleibt haben, ja. Mit drei Drachen. Hm. Also Westeros hat öfter schon Drachen gesehen. Ja, genau. Das ist also die, wir sind schon über eine Stunde, deswegen schließe ich es mal damit kurz ab, mit so unveränderten Handlungssträngen. Valyria, dieses alte Imperium, wo Daenerys Vorfahren herkommen, ist durch eine Naturkatastrophe, diesen Vulkanausbruch von 14 Vulkanen gleichzeitig versunken. Also das liegt in einem absoluten Ruin, so ein bisschen wie Atlantis. Aber eine Familie aus Valyria ist vorher geflohen oder wurde ins Exil geschickt, ist ein bisschen unklar und das war nur so ein kleineres Haus, die Targaryens und die haben sich auf Dragonstone, dieser Insel, niedergelassen, wo Daenerys auch eine Zeit lang Hauptquartier hatte, wo sie auch in der letzten Folge noch war und der spätere ja quasi Lord der Insel, Aegon Targaryen, hat halt zwei Egon! Zwei Schwestern, die er geheiratet hat, eine kleine Armee und drei voll ausgewachsene Drachen und damit hat er halt die sieben Königreiche erobert. Technisch gesehen hat er sechs erobert und das siebte kam später dazu, aber ja, also die Targaryens haben halt die Drachen mit nach Westeros gebracht und auf dem Rücken der Drachen ihre Herrschaft einfach jahrelang aufrichterhalten oder jahrzehntelang aufrichterhalten oder ja, fast schon Jahr doch Jahrhundertelang, also es waren so ungefähr 300 Jahre Targaryen-Herrschaft, bis Robert dann den Mad King gestürzt hat. Aber es spielt auch alles keine richtige Rolle für das Stoffel. Ja, ihr hört, ich habe da sehr viel nur zugehört, weil ich da echt nicht den Plan von habe. Aber das brauchst du auch nicht. Aber das ärgert dich schon enorm, dass halt so viele Dinge eigentlich so im Krimmeln verlassen. Also ich kann ja damit leben, dass man so ein paar Fragen offen lässt. Aber du bist halt nicht glücklich mit dem Abschluss der Serie. Nee, es gibt einfach viele wichtige Sachen und so wie die Serie endet, gibt es halt jetzt auch in der achten Staffel noch einen Punkt, der definitiv hätte anders laufen müssen, um das erzählerisch rund zu machen. Okay. Und ich weiß nicht, ich kann es aber sagen, weil es halt eigentlich egal ist, weil es schon in den letzten Folgen passiert ist. So wie es in der finalen Folge von Game of Thrones läuft, ist es absoluter Schwachsinn, dass Arya den Night King umgebracht hat und nicht Jon Snow. Okay. Aber ich meine, Jon kam noch nie in die Nähe des Night Kings. Ah doch. Ja, aber Jon hat den Night King schon mehrfach persönlich gesehen. Okay. Der Night King hatte immer eine persönliche Verbindung mit ihm, mit genau ihm. Er wurde von den Toten zurückgebracht, um die Armee der Lebenden in die Schlacht zu führen. Es ist vollkommen unplausibel, dass nicht er das gemacht hat. Weil, also, wie gesagt, für Arya macht es halt nichts. Es ist, wenn du jetzt auch die letzte Folge siehst, es spielt überhaupt keine Rolle, dass sie den Night King umgebracht hat. Also, überhaupt nicht. Aber das ist halt, also, ich meine, bei Daenerys ist es halt so ein Gefühl, was da halt komplett kippt und sie immer assiger wird. Und bei ihr ist es halt einfach so eine Fähigkeit, die plötzlich anzieht, die auch aus dem Nichts rührt. So, wo du auch denkst von wegen, ja, sie hat halt irgendwie diese Ninja-Ausbildung, aber das war nicht das, was jetzt geworden ist. Wer hat denn plötzlich gedacht, ey, der geben wir jetzt noch mal eine richtige Portion Sahne. Aber wo kommt denn das her? Ja, genau. Nee, nee, wieso denn nicht? Das ist richtig überraschend für die Leute. Ja, genau. Ja, ist es. Aber zum Schluss kommt nicht irgendwie ein Cousin und sagt, du bist ja so, weil, sondern es ist einfach nur, du bist ja so. Und gute Nacht. Und du denkst, äh, auch wenn sie gut ist, schlecht ist, gewinnt oder verliert, will man doch trotzdem wissen, warum. Ja, genau. Das, 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 also, ich, ich sehe so gerne Feuer. Ja, deswegen. Also, das kommt in der Serie weniger vor, aber, ähm, das weiß ich, wie gesagt, aus dem Podcast über die Bücher, dass sie wurde ja von ihrem größeren Bruder Viserion großgezogen und dass sie halt einfach als Kind automatisch davon ausgegangen ist, dass die beiden später heiraten. Mhm. So, weil das halt einfach so normal war bei den Targaryens. Und ich glaube, das, das, das ist so ein Punkt, den ich verstehen kann, als sie sich dem nochmal nähert und er merkt von wegen, dass er es eigentlich toll findet, aber er ist halt anders erzogen und findet das halt dann nicht so geil. Ja. von wegen, ey, Tante, stopp. Und da ist sie halt massiv verletzt, weil sie in dem Moment denkt, ich habe keinen, mit dem ich das mehr teilen kann. Genau. Und dann kann ich verstehen, okay, da kippt was. So, aber das ist dann trotzdem, da ist vorher schon was passiert. Ja, aber es reicht halt nicht, um die ganze Zivilbevölkerung abzuschlachten. Genau, genau. Was sie, wie gesagt, und sie hat immer die Leute, die sie für schuldig gehalten hat, umgebracht. Ja. Immer. Und hat sich auch selten davon abbringen lassen, die, die sie für menschlich, bösartig erachtet, nicht umzubringen. Ja. Aber sie hat halt nie Unschuldige dafür bezahlen lassen. Oder die Leute, die in ihren Augen unschuldig waren. Eigentlich könnte danach auch keiner mehr, außer ihre eigene Armee, die sie mitgebracht hat mit dem grauen Wurm, mehr vor ihr treten. Weil halt alle haben schon längst über so viele Stationen gebrochen mit dem, wofür sie alle Staffeln standen. Also Jon Snow mit seiner ganzen Armee, der Kleinwüchse etc., alle müssten eigentlich sagen, okay, das ist jetzt hier echt Kriegs-, das ist Wahnsinn. Da muss ich jetzt auch gar nicht überlegen und sagen, wie können wir das jetzt, sondern das war es, das war es. Ja. Um mal Woody Woodpecker zu zitieren. Ja. Ja, super. Wird schon produziert eigentlich das Prequel? Ja, ich habe es gelesen, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr geht es in Produktion. Okay, aber wahrscheinlich wieder, weil die ja selben Orte haben, wird es auch wieder dieselben Orte, wo die produzieren, oder? Glaube ich nicht. Okay. Also Island und so, das kann ich mir schon vorstellen für die Außenaufnahmen, aber weil es ja vor 5000 Jahren spielt, als Winterfell noch nicht gebaut wurde. Aber die haben ja auch ganz viele in der Ukraine oder wo war denn das, wo sie halt immer ... Irland waren sie ganz viel, in Belfast. In Belfast sind die Studios, also da werden sie wahrscheinlich wieder sein. Aber hat John Stoneau nicht gesagt, dass er halt irgendwo in Tschechien, wo er die ganze Zeit gefroren hat? In Island war das wahrscheinlich. Das war Island? In Island haben sie die ganzen Sachen im Norden gedreht. Ah, okay. Weil er meint, das war immer so geil, wenn er Kollegen gesprochen haben und wie bei euch und die dann halt keine Ahnung. Ach, die waren in Kroatien. Ja, ja, Kings Landing ist in Kroatien. War das da Westeros in Kroatien oder wo war das? Kings Landing, also der ganze Süden ist in Kroatien. Und Teile haben sie mal in Spanien gedreht. Aber ja, alle, die in warmen Gebieten waren, waren halt irgendwo, wo es warm war und die waren in Belfast und Island. Macht Bren, der Klitschko-Rolli, noch irgendwas endlich mal, wo du denkst, ja, befriedigend ist irgendwas. Ah, gut. Über den habe ich mich eh die ganze Zeit schon aufgeregt, seitdem er halt irgendwie so Captain Wisely ist, wo du denkst, ja, aber nein. Captain Bran, Held von Westeros, kämpft, damit die Sieben Königslande sauber werden. Der Schauspieler hat auch schon gesagt, er hat in seiner kurzen Zeit ein Schauspieler, bei Conan war das irgendwie, ja schon alles jetzt quasi erreicht und er ist irgendwie Anfang 20 oder sowas und er meinte, naja, also jetzt halt irgendwie studieren und dann Arzt oder sowas, weil also er kann sich nicht vorstellen, nur mal irgendwie eine Anfrage zu kriegen und zu sagen, so, wird da jetzt noch einen drauf. Also ich meine, das ist ja natürlich auch die Frage, der ist ja auch seit, 2010 haben sie angefangen zu drehen, also jetzt neun Jahre her und seitdem ist er dabei und da war er halt irgendwie zwölf und das, du kannst ja den Leuten auch nicht verlangen, dass die ganzen Leute, die als Kinder Schauspieler mitspielen, auch wirklich Schauspieler werden wollen. Aber ich fand das halt so eine, so eine krass interessante Einstellung so, weil ich könnte mir vorstellen, dass andere dann sagen, so Instagram-Fame-Scheiße, ja, auf jeden Fall, so, und also hier, die ich immer so, die wir immer als die Bitch-Königin, die ja dann irgendwann so ganz cool, also ganz klug manchmal reagiert, aber ihr Spiel ist halt so manchmal ein bisschen wurstig so. Wobei ich sagen muss, in dieser Staffel finde ich sie wirklich gut. Ja. Also in den Staffeln davor fand ich auch so, aber ich finde, entweder hat sie einen Sprung gemacht, was ja durch, also sie ist ja auch noch jung, ist ja auch erst Anfang 20, dass es halt irgendwie bei ihr Klick gemacht hat oder dass es halt einfach bessere Arbeit mit ihr oder die Rolle passt jetzt einfach besser zu ihr. Die hat halt irgendwie krass trainiert, gehocht. Ja, genau, also alles mögliche, aber in dieser Staffel, muss ich echt sagen, bin ich sehr positiv überrascht von ihr. Weißt ja nicht, was die als Zwischenprojekt noch gemacht hat. Manchmal ist ja dann, dass du irgendwas magst. Ja. Wie gesagt, die war ja auch jung, also wenn du das als Teenager machst, ja. Ja, ja, ja. Alles klar, schreibt uns. Finisse at gmail.com At Finisse Pod auf Twitter. Findes mit Döck und Klaus, YouTube. Heiß. Peace out. Kollegen.